Da kann nichts mehr passieren. Perfekt. Jetzt wird er mitgefahren, ne? Ja. Der rote Strich bewegt ihn nach rechts und wenn er ganz rechts ist, dann gehen wir los. Ja, ich bin gespannt. Du fängst dann an, Matthias, ne? Ich halte eine wegweisende Einführungsrede. Super. Guck mal, Susanne läuft weg. Nein, ich keine Sorge. Super, herzlich willkommen an den Bildschirm zu unserer Veranstaltung zu Tierschutz und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Ich freue mich, dass das auch technisch jetzt geklappt hat, aber pünktlich zu 19 Uhr klappt das. Also ich will da einführen und ein paar Worte sagen. Der Gesundheitsschutz macht es notwendig, dass wir uns heute in diesem Format treffen. Viel lieber wären wir natürlich jetzt einen Raum mit euch und ihm persönlich zu diskutieren, aber virenfreier ist es halt vom Bildschirm. Die Pandemie begleitet uns ja schon ein halbes Jahr und langsam haben wir uns wahrscheinlich alle daran gewöhnt, dass wir irgendwelche Wohnzimmer und Arbeitszimmer von anderen Leuten kennen, die wir gar nicht kennen wollten. Aber gut, so ist es. Zu einer Online-Veranstaltung mit Gästen nahe ich heute zum zweiten Mal ein. Das letzte Mal habe ich an dieser Stelle über Menschenrechtsschutz in Lieferketten gesprochen mit Bärbel Kofner und Daniel Schönfelder und heute habe ich zwei ganz sympathische Gäste an meinem Partnerbildschirm, so nennt man das. Das eine ist Susanne Mittag. Susanne ist meine Abgeordnete Kollegin in der SPD-Bundestagsfraktion. Hallo Susanne. Moin. Es ist, Susanne ist die Tierschutzbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Landwirtschaftsausschuss. Susanne, du kommst aus Selmenhorst, seinem Wahlkreis und das ist in Niedersachsen. Niedersachsen ist ein Bundesland, das traditionell sehr stark in der Fleischproduktion ist und ich freue mich auf die Diskussion gleich. Alexander Mohrenbech ist Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft und Vorsitzender der Jusos in Hamburg. Alex, du bist außerdem umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft. Susanne, Alex, schön, dass ihr hier seid. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Tierschutz und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, so haben wir diese Veranstaltung genannt, die Corona-Ausbrüche in den Schlachthöfen und in betroffenen Gemeinden haben das Augenmerk verstärkt auf die Arbeitsbedingungen in dieser Branche berichtet. Aber schon vor der Pandemie hat sich in Teilen der Branche ein System, man muss das so sagen, ein System von organisierter, unternehmerischer Verantwortungslosigkeit etabliert. Denn es ist ja am Ende kaum nachvollziehbar, wer als Arbeitgeber die Verantwortung trägt, wenn am gleichen Fließband Beschäftigte mit vielen unterschiedlichen Werkverträgen arbeiten. Die Beschäftigten kommen oft aus osteuropäischen Ländern und können nicht ausreichend Deutsch, um sich zu beschweren oder um zu wissen, welche Rechte sie haben. Oft bringen die Werkvertragsfirmen ihre Arbeiter und Arbeiterinnen dann auch noch in schlechten Unterkünften unter und knöpfen ihnen dafür ein Riesengeld ab. Und damit, das kann man sagen, ist jetzt endlich Schluss. Denn Hubertus Heil hat ja angekündigt, dass er in der Branche aufräumen will. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben im Sommer bereits im Bundeskabinett das Arbeitsschutzkontrollgesetz beschlossen. Und diesen Donnerstag, also übermorgen, beginnen wir mit der, die Beratung im Bundestag. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten werden. Im Kerngeschäft der Fleischverarbeitung, also dem Schlachten, Zerteilen und Verarbeiten von Tieren, dürfen künftig nur noch eigene Beschäftigte des Unternehmens tätig sein. Damit trägt ein Arbeitgeber allein die Verantwortung für den Arbeitsschutz und es gibt keine gefährlichen Lücken mehr. Wir wollen ganz klar auch Leiharbeit verbieten, damit nicht alle bisherigen Werkvertragsfirmen sich in Leiharbeitsfirmen umwandeln. Das Verbot, der Werkverträge gibt, soll ab dem 1. Januar 2021 gelten und das Verbot für Leiharbeit ab dem 1. April 2021. Ob allerdings wir das Leiharbeitsverbot der Fleischbranche am Ende auch wirklich durchsetzen, wird man sehen. Denn die Fleischbranche macht mobil und unser Koalitionspartner hat schon mal wieder weiche Knie. Es geht natürlich dabei auch wirklich um viel Geld. Wir wollen das Handwerk nicht schädigen. Für Unternehmer des Fleischhandwerks mit bis zu 49 Arbeitnehmern gelten die neuen Regeln nicht. Der Fleischhandwerker, so viel muss man aber auch sagen, arbeitet ja meist gar nicht mit diesem Modell der Werkvertrag. Betriebe müssen künftig darüber Auskunft geben, wo sie ihre Beschäftigten in den Gemeinschaftsunterkünften unterbringen. Man konnte das im Rahmen des Tönnies-Skandals ja sehen. Die ausländischen Beschäftigten wohnten dort wirklich in erbärmlichen und völlig überteuerten Unterkünften. Das waren häufig auch nur so Container, in denen die untergebracht waren. Wir stellen jetzt gesetzlich klar, dass die Unterbringung von Beschäftigten in Gemeinschaftsunterkünften Mindestanforderungen bedügen muss. Die Arbeitsschutzbehörde kann das dann auch kontrollieren. Arbeitgeber in der Fleischindustrie werden dazu verpflichtet, eine elektronische Arbeitszeitkontrolle einzuführen. Und wir verdoppeln den Höchstbetrag für das Bußgeld für Verstoße gegen Arbeitszeitvorschriften. Wir schaffen bundesweit einheitliche Maßstäbe für die Kontrollen der Arbeitsschutzaufsicht der Länder. Es ist in Wahrheit ja gut, dass der Druck auch der Öffentlichkeit nach den Corona-Ausbrüchen so groß war, dass wir diese starken Arbeitsschutzregeln jetzt verabschieden können. Ein Verbot von Werkverträgen wäre mit der Union nie zuvor durchsetzbar gewesen. Ich hatte letzte Woche eine Veranstaltung mit Gewerkschaftern und da sagte mir ein Iggy Metaller, dass er völlig fassungslos sei, dass Hubertus Heil das durchsetzt. Er hätte nie gedacht, dass er das noch erleben wird. Wie gesagt, Iggy Metall, der hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Das ist total großartig. Im Bereich der Fleischindustrie wächst natürlich auch der internationale Druck, denn die Heimatländer der Werkvertragsarbeitnehmer, Rumänien oder Bulgarien ganz häufig, die verfolgen sehr genau, welche Maßnahmen wir für den Gesundheitsschutz ihre Landsleute ergreifen. Es ist daher absolut notwendig, dass wir jetzt handeln, um die Gesundheit derjenigen Menschen besser zu schützen, die für unsere Nahrungsmittel schuften. Die Skandale um die Arbeitsbedingungen in der Fleischproduktion sind das eine, die oft auch schreckliche Bedingungen für die Tiere das andere. Man muss es sagen, ob Kükenschreddern, Ferkelkastration oder Massentierhaltung bei der Produktion vom Schnitzel oder vom Grillhähnchen läuft einiges falsch. Immer mehr Verbraucher verzichten deshalb schon ganz oder zumindest an einigen Tagen in der Woche auf Fleisch. Aber der Verbraucher, das ist jedenfalls meine Sichtweise, kann das nicht alleine. Wir als Politik müssen schon Gesetze verabschieden, die solche Praktiken verbieten. Darauf wird Susanne gleich ausführlicher eingehen. Nur noch einige wenige Worte zum Ablauf der Veranstaltung. Wir wollen spätestens um 20.30 Uhr, also halb neun, enden. Unsere Gäste, die nun beide kurze Eingangsstatements halten, und ab 9.30 Uhr ist dann die Diskussion geplant. Für Sie und Euch an den Bildschirmen besteht die Möglichkeit, Fragen und Kommentare zu schreiben. Wir haben auch im Vorfeld der Veranstaltung schon einige Fragen über meine Social-Media-Kanäle geschickt bekommen. Wir sammeln sie hier und klastern sie. Wir bemühen uns, dass alle Fragen aufgegriffen werden und am Ende des Abends keine offen werden. Meine Mitarbeiterinnen Christina und Annika im Hintergrund unterstützen das. Ich konnte das ja alleine gar nicht. Und jetzt geht's los. Also, als Erste würde ich Susanne bitten, ein kleines Eingangsstatement zu machen. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich hier einen Beitrag zu leisten kann. Als Tierschutzbeauftragte, da ist das mit diesem Koalitionspartner natürlich schon ziemlich hartes Los. Wir haben allerhand Eckpunkte damals auch schon in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Wir haben sogar in der Mitte der Legislaturperiode nochmal einen Entschließungsantrag, um die Landwirtschaftsministerin und die CDU daran zu erinnern, dass noch sehr viele Tierschutzaspekte nicht erfüllt wurden. Und in dem Sachstand sind wir fast immer noch. Also wir hoffen noch auf eine Umsetzung in der zweiten Jahreshälfte. Aber ich denke mal, zu einigen Themen kommen wir noch. Denn das wird eine ziemliche Bandbreite an Fragen sein. Wir schnappen jetzt erst mal über Tierwohl. Aber Tierschutz hat also noch eine größere Bandbreite, sei es illegaler Welpenhandel, sei es das Halten von Exoten, sei es Tierschutzaspekte in der Heimtierhaltung. Nicht jeder, der sein Tier liebt, hält es auch artgerecht. Diese ganze Bandbreite ist also eine ewige Verhandlung mit der Landwirtschaftsministerin. Auch wie werden die Tiere in Zirkus gehalten? Da gibt es auch immer wieder eine große Debatte. Und wir versuchen durch, ja, zwischen zu pushen, Verordnungen zu erlassen oder eben Gesetze. Bei Verordnungen sind wir ja leider nicht beteiligt, um Tierwohl zu verbessern und langfristig festzuschreiben. Wir hatten gerade heute ein Fachgespräch über Tierversuche, dass mehr Fokus gelegt werden soll auf Forschung ohne Tierversuchen. Da haben wir sogar ein Vertragsverletzungsverfahren, zweitens der EU, weil nicht die Punkte alle umgesetzt worden sind, die die EU-Richtlinie hervorgibt. Auch da sind wir noch am Debattieren mit der Landwirtschaftsministerin, dass auch da mal so ein bisschen in Deutschland fortschreitet und nicht immer nur hinterherläuft oder zu spät handelt oder immer nur bei dem niedrigsten Level. Zu meinem Wahlkreis vielleicht noch, das ist nicht nur Delmhorst, sondern Landkreis Oldenburg und Wesermarsch und besonders Landkreis Oldenburg im Südoldenburgischen. Ich bin noch Betreuungsabgeordnete für den Landkreis Vechter und spätestens da wird allen klar, dass es sehr viel Intensivtierhaltung, ich sage nicht Masse, sondern Intensivtierhaltung und eben auch Schlachtereibetriebe. Es hat sich am Ende fokussiert und das hat Corona gezeigt. Es gibt nur vier große in Deutschland, die sozusagen die Schlachtzahlen unter sich aufteilen und die kleineren Betriebe haben einen ganz schweren Stand. Aber man muss auch sagen, es gibt noch einige Schlachtbetriebe, die wirklich nach Tierschutzstandard die Festangestellte haben und die auch kein Problem haben mit der Umsetzung der Gesetze, worüber wir jetzt zum Glück am Donnerstag und in erster Lesung debattieren. Also ich bin gespannt auf die Fragen, die da kommen. Ja, super. Susanne, vielen Dank. Das war schon mal ein total spannender Input. Alex. Ja, danke für die Inputs. Ich würde es mal auf eine anknüpfen wollen, andererseits noch einen ganz anderen Aspekt mit reinbringen. Nämlich auch, und das, ich gehe gleich zu Anfang zu, ich bin kein Vegetarier. Trotzdem will ich ein ganz unschönes Thema ansprechen, nämlich auch die Klimafolgen, die das Ganze hat. Also wir müssen ja auch darüber reden, Landwirtschaft ist ja eben nicht nur, wie man, ja wie auch manchmal die ein oder andere Industrie ist versucht, zum Akten der Bauer vor Ort, der mit drei, vier glücklichen Kühen über die Wiese streift, sondern ja mittlerweile ja ein Milliardengeschäft über den ganzen Globus. Und das eben auch damit verbunden, dann mit einer extrem hohen, mit einem extrem hohen Ressourcenverbrauch, mit einem extrem hohen einfach Umschlag, den das Ganze ja auch bedeutet. Also nicht nur, was verfüttert wird, sondern dann auch Kühe, die von A nach B transportiert werden, Schweine, die durch teilweise einen halben Kontin transportiert werden, um sie irgendwo für 10 Cent billiger zu schlachten und wieder zurückzufahren. Das lohnt sich dann im Verkauf, aber bedeutet eben auch riesiger Treibhausausstoß, Treibhausgasausstoß nicht nur eben bei der Aufsucht, sondern auch bei Schlachtereifragen, wenn das eben im Zickzack durch Europa gefahren wird, um da etwas zu sparen. Kurzum, ich esse zwar auch ab und an Fleisch, aber auch immer mit schlechteren Gewissen. Das passt auch ein bisschen, denn wir bei den Users debattieren darüber auch sehr oft sehr strittig. Wir haben natürlich auf der einen Seite ganz klar, dass wir Höfe, landwirtschaftlich betriebene Unternehmerfamilien auch nicht unbedingt bedrängen wollen. Es ist auch gut, wenn das kleine kommunale Unternehmen sind. Ich habe ja auch, Matthias hat angesprochen, dass es ja auch sehr unterschiedliche Akteuren und Größenordnungen gibt. Gleichzeitig sehen wir auch bei einer zunehmenden Globalisierung dieser Branche. Also Tönnies verkauft seine Tiere ja auch nicht nur hier, sondern fährt ja solche Skalen auf und kann auch solche Effekte problemlos wegstecken, weil er weiß, dass er einen Milliardenabsatzmarkt zum Beispiel in China ja mit den in Deutschland aufgezogenen Schweinen aufbauen kann. Kurzum, ich würde sagen, wir haben eine Branche damit in Deutschland, die natürlich auch, das kann man gar nicht leugnen, nicht nur in Niedersachsen, sondern auch so mit ganz klar zu deutschen Wirtschaftslandschaften, deutschen Kulturlandschaften mitgehört. Gleichzeitig, die ja schon eine andere ist als vor 100 Jahren. Und damit verbunden eben auch, wenn wir uns anschauen, was für Größenordnungen, wir reden von Milliarden von Tieren, die da transportiert werden, was die auch alles essen. Also alleine fünf bis zehn Kilo Futterpflanzen für ein Kilo Fleisch. Wenn wir darüber reden, wie auch die Verdauung des Wiederkäuen bei Rindern, was für starke Methanausstöße verbunden sind. In dem Moment, wo wir das Ganze skalieren, reden wir nicht nur über mehr Fleisch, mehr Mitarbeiter, mehr Werkverträge, die da leider verschlossen wurden, sondern eben auch über eine krasse Skalierung von Treibhausgasen und Emissionen. Deswegen, wie wir eigentlich gucken müssen, das glaube ich zumindest, dass wir die Fleischindustrie, die ja mit sehr, sehr vielen klimaschädlichen Punkten auch verbunden ist, quasi nicht nur auf die arbeitsrechtlichen Aspekte untersuchen, sondern auch gucken, wo sind alle Stellen, an denen man schrauben kann. Sei es bei Futter, sei es bei Transporten, sei es, ob man nicht guckt, dass man die Fleischindustrie auch wieder regionalisierter in der Verarbeitungskette hinbekommt und dann eben nicht mehr so starke Transportketten haben muss, die eben zusätzlich zum Methanausschuss noch ganz andere Aspekte mit sich bringen. Und als letzter Punkt, ich glaube, wir sollten heute auch auf jeden Fall, weil das ist eine Debatte, die auch gerade die Fleischdebatte in Großstädten dominiert, fragen, ob das am Konsumenten oder doch am System liegt. Also die Debatte Konsumkritik oder nicht. Ich sage mal, in Hamburg hat man ja mitbekommen, gibt es auch eine andere Partei, die sich mit Umweltbrüste und hier viele Prozente eingefahren hat, die das am Ende des Tages aber eigentlich immer nur auf den Konsumenten schiebt und sagt, wenn ihr alle das dreimal so teure Biofleisch kauft, dann geht es den Tieren noch besser. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht, die systemische Frage stellt. Und ich glaube, darüber können wir heute mal ein bisschen sprechen, denn es ist schon so, der Konsument kann zwar viel mitentscheiden, aber damit verschieben wir die Debatte ja eigentlich auch ein bisschen auf den Einzelnen, ob er sich teureres Fleisch leisten kann oder nicht, ob er sich mittlerweile sehr teure Fleischersatzpunkte leisten kann oder ob nicht das günstige Nackensteak dann doch eher gekauft wird, weil es deutlich günstiger ist und überall vorhanden ist. Kurzum, ich glaube, Klimapolitik, Produktionsbedingungen und auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit dahinter, was eigentlich wie teuer ist, sind ein paar Aspekte, über die wir heute reden können. Vielen Dank, Alex. Ich finde auch nochmal wichtig, dass du diese Viehtransporte auch nochmal thematisiert hast in dem Bereich. Aber meine erste Frage geht jetzt an Susanne. Das Thema hat ja vor allen Dingen auch durch die Corona-Fälle in den Schlagbetrieben an Brisanz gewonnen. Und du hast ja eben von deinem Betreuungswahlkreis, Oldenburg ist dein Betreuungswahlkreis, oder? Landkreis, Landkreis Oldenburg. Betreuung des Vechta und zuständig auch noch im Landkreis Oldenburg. Also zwei Landkreise. Auf jeden Fall ist es ja wohl so, dass es da auch Corona-Fälle in einem Schlachthof gegeben hat. Und da kannst du vielleicht mal berichten. Und vor allen Dingen, wie siehst du jetzt die gefundenen Verschärfungen im Arbeitsschutz? Ist das die richtige Antwort? Und wie ist das überhaupt passiert mit den Corona-Fällen? Und wie ist es dann hochgekommen? Ja, also so schlimm Corona ist, bei diesem Thema hilft uns Corona. Wir debattieren das seit 15 Jahren. Und seit 15 Jahren wird es von unseren, sage ich mal, politischen Lebensabschnittsgefährten komplett ignoriert. Und es ist nicht so schlimm. Es verdienen auch viele da dran. Und es ist ja nicht nur der Schlachter. Der Landwirt auch, der muss ja irgendwie leben. Aber es verdienen ja auch viele dran, die dann Häuser vermieten, die Transporte machen. Also es ist eine ziemliche Kette an Menschen, die da dran verdienen. Und seit 15 Jahren versuchen wir, Regelungen reinzubringen. In einigen Fällen hatten sich dann die ein oder anderen Schlachtbereiche auch mal zu freiwilligen Vereinbarungen hinreißen lassen. Zum Beispiel auch einen untertariflichen Arbeitsverhandlungen geführt. Aber das ist alles irgendwie aufgehoben worden. Und am Ende ist nichts bei übergeblieben. Also alles, was versucht wurde, in den Jahren freiwillig zu verhandeln, um die Arbeits- und Schlachtverhältnisse zu verbessern, hat nichts gebracht. Und in der Zeit haben eben, wie gesagt, vier große Organisationen immer mehr Schlachtbetriebe aufgekauft, dass sie zwar noch ihre alten Namen führen, aber gehören längst zu den vier Großen. Und jetzt bei Corona hat man dann immer gesehen, wo denn die Corona-Fälle auflocken sozusagen. Und dann hat man gesagt, ach, die gehören da auch zu, die gehören da auch zu. Also es gibt ein großes Werk, auch in Delmenhorst, da wusste man auch nicht, dass es zu Tönnies inzwischen gehört. Also sehr viele, ja, sagen wir mal, vernetzte Betriebe gehören eigentlich zu den Großen Vier. Und wir haben eine ganz tolle Institution, die gehörte, war früher angesiedelt oder finanziert vom Wirtschaftsministerium. Und seit Altmaier im Wirtschaftsministerium ist, hat das Hubertus Heil übernommen, faire Mobilität, die die ganzen Jahre unterwegs waren und immer versucht haben, zu informieren, aufzuklären, die über ihre Rechte, die Arbeiter über ihre Rechte aufzuklären, versuchen hinzukriegen, wie geht man eigentlich mit Arbeitszeiterfassung rum. Und die Firmeninhaber haben sich in so gut wie allen Fällen ganz massiv gesperrt, nur ihre Mitarbeiter auch sich informieren zu lassen. Also da wusste man schon, sobald die informiert sind, kommen Missstände zutage. Und all das können wir jetzt, da kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu, mehrere Dinge gleichzeitig in dem Gesetz regeln. Das hat nicht nur was mit Arbeitszeiterfassung, nicht nur mit dem Verbot von Werkvertrag und Leiharbeit zu tun, sondern auch, dass es eine Zentralstelle gibt in Deutschland, wo zu sagen, die Datenlagen von diesen erfasst werden, weil die ja über Bundesländer verteilt sind. Der Zoll wird aufgestockt, dass die FKS eben noch besser kontrollieren kann. Aber auch, was ganz wichtig ist, die Alleinverantwortlichkeit des Inhabers auch für die Unterbringung, wenn er aufgrund dieser Arbeitsverhältnisse muss auch Wohnungen zur Verfügung stellen. Und die müssen auch gemeldet werden. Es müssen bestimmte Mindeststandards eingehalten werden. Und es muss gemeldet werden, wer da überhaupt drin wohnt. Also es ist die Erfahrung und die Datenlage, die dieses ganze, in Anführungsstrichen, Problem seit 15 Jahren immer deutlicher hat werden lassen, hat dazu geführt, dass diese ganzen Punkte nachweisbar nicht gut laufen und sind in diesem Arbeitsschutzgesetz drin. Und da bin ich sehr, sehr, sehr froh drüber. Ja, super. Du hast es ja eben auch gesagt, dass du mit den Schlachtbetrieben in deiner Heimat in Niedersachsen im Gespräch bist. Und du hast irgendwann mal gesagt, habe ich gelesen, es geht auch ohne Werkverträge. Wie sind denn deine Eindrücke von den Betrieben vor Ort? Wird die Produktion stillstehen, wenn wir Werkverträge ab 1.1. Also bei solchen Sachen wird gerne mit einem sogenannten Leichentuch gewedelt und das war viel früher, wie wir in regenerative Energien umgestiegen sind. Dann haben auch alle gesagt, oh, in Deutschland gehen die Lichter aus. Nein, es gibt ja genügend Firmen, die das auch machen. Und ich hatte gerade auch vor einiger Zeit einen Besuch mit einer Schlachterei, die einen Betrieb auch übernommen haben und die sagen, ja, die verhandeln mit den Arbeitnehmern und die werden die alle auch in Festverträge überführen. Das ist da auch möglich. Was eigentlich noch, also in Anführungsstrichen, eine miese Vorgehensweise ist, den Arbeitnehmern wird auch Angst gemacht. Also ich weiß nicht, was denen erzählt wird, aber auch die Mitarbeiter fairer Mobilität haben schon mitbekommen, dass die von den sozusagen Sub-Sub-Unternehmern dargestellt kriegen, wie gefährlich das ist, feste Arbeitsverträge, dann könnten sie sich nicht mehr frei entscheiden und was weiß ich nicht alles. Ich war letzte Woche da, da hat die NGG informiert, auch mit der fairen Mobilität. Die versuchen dann diese Flyer zu verteilen in allen möglichen Sprachen auch und dann haben wir auch festgestellt, dass zum Beispiel Fleischindustrie ihre Pausenzeiten oder Arbeitsanfangs- und Endzeiten verschieben, solange diese Stände der fairen Mobilität und der NGG vorm Tor stehen und die Menschen informieren wollen. Also es ist schon interessant, was da für Tricks versucht werden, um die Menschen, die dort arbeiten, nicht zu informieren und es auch weiter auszunutzen, dass sie keine Kenntnisse haben von Arbeitsrecht. Und ein kleines bisschen muss man auch bedenken, die meisten kommen aus Ländern, wo der Staat nicht sofort, sagen wir mal, den Arbeitnehmern hilft. Also der Staat ist immer sehr schwierig in deren Augen. Polizei, Staat oder auch alle Behörden, da muss man immer gut mit durchkommen und es muss auch oft gezahlt werden, damit sie diese Ansprüche kriegen können. Es geht immer, ich bezahle was, dann kriege ich eine Leistung. Und viele können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es hier Menschen gibt, Gewerkschaften gibt, faire Mobilität gibt oder einen Gesetzgeber, der Gesetze macht, um sie zu schützen, damit es ihnen besser geht. Gut, das müssen die auch erst mal begreifen, dass es tatsächlich sowas gibt. Wir haben hier tatsächlich andere soziale und Arbeitsstrukturen als die Länder, wo die herkommen. Und das macht es natürlich den Subunternehmern leicht, immer irgendwelche Storys zu erzählen, dass es ihnen, wenn sie Festarbeitsverträge hätten, nicht so gut gehen würde, als wenn sie Werkverträge oder Leiharbeit hätten. Ja, das finde ich total. Also diese Sphäre Mobilität haben wir ja in Hamburg auch. Das ist im Wesentlichen auch von Gewerkschaften gemacht. Das ist eine wirklich tolle Einrichtung. Alex, du kommst aus Hamburg. Das ist bekanntlich die schönste Stadt der Welt, knapp vor Delmhorst. Und was ist, Alex, was ist denn eigentlich deine Wahrnehmung? Ist Fleischproduktion überhaupt ein Thema in so einer 1,8-Millionen-Metropole? Wird in Hamburg Fleisch produziert oder kommt das alles aus den Nachbarbundesländern, aus Niedersachsen vor allem? Ja, das ist eine ganz komplizierte Lage in so einer Großstadt eigentlich, weil tatsächlich ist es schon so, die meisten Hamburger haben eigentlich Kontakt mit Fleisch beim Einkauf oder bei der Zubereitung. Also man muss schon sagen, Hamburg ist seit den 80er Jahren ungefähr nicht mehr die Stadt mit großen Schlachthöfen. Die hatten wir früher hier auch. Die sind aber immer mehr nach Niedersachsen abgewandert oder teilweise aus diversen Gründen einfach hier nicht weiter geblieben. Es gibt kleinere Schlachtereien, aber die Großbetriebe sind tatsächlich nicht mehr ausschließlich in Hamburg zu finden. Trotzdem ist es schon so, dass man merkt, das kommt gerade ein bisschen zurück, nicht was Produktion angeht, aber was Nahbarkeit angeht. Also als Beispiel immer mehr Demeterschlachtereien, Bioschlachtereien und anderes fangen an, Stück für Stück hier Flächen zu erwerben, um hier so Erlebnis-Stores aufzubauen. Weil man eben nicht mehr Höfe aus nächster Nähe sehen kann. Die meisten Hamburger und Hamburger leben ja eher in geballten, urbanen Innenstädten. Da kann man schwer eine richtige Schweinezucht wieder aufziehen. Nicht nur wegen Geruchs, sondern auch wegen Platz. Und deshalb ist es immer mehr so, dass hier Stückfische Läden aufmachen, die quasi einen bewussten Fleischkonsum vermitteln wollen. Das passt auch zum Hamburger Zeitgeist. Und genau das ist der Punkt, warum das aber dann doch wieder ein Thema hier ist in der Stadt. Obwohl es hier gar nicht so viele Betriebe gibt und obwohl man gar nicht so viele Landwirte dadurch persönlich manchmal kennt, außer man kommt aus den schönen Bergen doch so wie ich. Aber ansonsten kennt man ja relativ wenig Landwirte. Ist es so, dass schon, sag ich mal, bewusster Konsum von Lebensmitteln die Frage, wo kommt eigentlich das her, was ich esse, schon einen immer größeren Anteil der Debatte hiermit einnimmt. Das sieht man vom vollen Ton der Zeitungen bis hin zu Social Media Postings, bis hin zu Gesprächen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das schon zunimmt. Die Frage, wo hast du das eigentlich in Kauf? Das ist ganz schön billig. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht zu billig ist? Also die Frage stelle, wo kommt das eigentlich her mit einem größeren Partei ein? Gleichzeitig haben wir natürlich, und das ist, glaube ich, so ein Kernproblem in dem Moment, wo Produktion und Verbrauch so weit entkoppelt voneinander sind, weiß man nicht und kann sich gar nicht vorstellen, wie eine Schlachterei aussieht. Ich sage mal, in dem Moment, wo man kein Video kennt oder keine Aufnahmen oder Dokus oder mal einen Ausflug zu einem gemacht hat mit der Schule, stört andererseits genau das Gegengesetz, während einige gucken, wo kommt mein Fleisch eigentlich her? Auf der anderen Seite, einige sagen es mir völlig egal. Ich habe noch nie ein Schwein in Echt gesehen. Ich weiß gar nicht, wie in Landwirtschaft funktioniert. Wir sind in Deutschland, das wird schon gut laufen. Ich gucke nur dran, dass Made in Germany dran steht, egal wie günstig es ist. Also eine sehr krasse Entkopplung, die einerseits zu einer sehr hohen moralischen Anspruchshaltung führt, auf der anderen Seite aber auch manchmal zu völliger Ignoranz von allem, was passiert. Irgendwo in dieser Ambivalenz quasi spielt sich das in Hamburg wieder. Ich habe neulich mal Fleisch gekauft, Heizungsstufe 1. Es gab auch schwer Ärger zu Hause. Ja, auch zu Recht. Ich habe da nicht aufgepasst. Eigentlich gucke ich auch immer. Susanne, was berichten dir eigentlich die Verantwortlichen? Was sind die größten Schwierigkeiten bei den bisherigen Arbeitsbedingungen? Also da gibt es eine ganze Menge an Schwierigkeiten. Es geht los. Wann fängt eigentlich Arbeitszeit an? Da gab es auch Debatten, wenn ich in die Firma reingehe oder wenn ich mich umgezogen habe, dann fehlt auch immer noch ein bisschen Zeit. Die Arbeitszeiterfassung. Die Arbeitnehmer haben nie einen Überblick so richtig, ob ihre Arbeitszeiten denn komplett abgerechnet werden. Teilweise kriegen die nicht Verträge in ihrer Muttersprache und unterschreiben was, wo sie gar nicht so ganz genau wissen, was denn da eigentlich drin steht. Es hat auch was mit Arbeitszeiten zu tun, die teilweise willkürlich hin und her geschoben werden. Wie ich schon erwähnt habe, wenn Gewerkschaft vor ihrer Tür steht, dann werden die Arbeitszeiten meistens länger. Sie haben keine Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Das wird alles in Abrede gestellt, dass das keine gute Sache ist. Also die Arbeitsrechte, die hier bestehen, sind ihnen weit meistens überhaupt nicht bekannt. Und viele werden auch sehr isoliert gehalten, dass sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, selbst wenn sie darauf kommen könnten, sich in irgendeiner Weise zu informieren. Es wird auch keinerlei Wert gelegt, dass sie in der Lage sind, zum Beispiel Deutschkurse zu besuchen, damit sie sich überhaupt austauschen können. Sie leben ja nun mal hier und es ist nicht so, dass sie immer nur wieder nach Hause fahren. Es gab schon mal die einen oder anderen Verhandlungen. Die eine oder andere Firma ist auch etwas zugeständnisbereiter, aber nach einem 12-Stunden-Tag da in der Schlachterei und dann noch einen Deutschkurs machen, also das ist auch ein bisschen viel verlangt. Also es muss ja auch sozusagen mental möglich sein. Wie gesagt, dann geht es noch weiter mit dem Transport beziehungsweise mit der Unterbringung. Da sind offensichtlich so gut wie gar keine, also sehr schwierige Möglichkeiten bislang gewesen, das zu überprüfen. Kommunen können das machen über das Baurecht, gibt natürlich aber auch immer große Debatten vor Ort und es ist immer die Frage, will die Kommune eigentlich sozusagen Ärger einhandeln? Da ist die Neigung bislang auch nicht sonderlich ausgeprägt gewesen, über das Baurecht zum Beispiel bestimmte Wohnungen einfach stillzulegen und sagen, das sind nicht mal die Mindeststandards. Es sind viel zu viele Menschen dort drinne für ein Bad und eine kleine Küche. Also diese Standards, die werden, die Mindeststandards, die werden recht gut in dem neuen Gesetz auch festgeschrieben. Also im Prinzip durchzieht es das gesamte Wohn- und Arbeitsleben der Arbeitnehmer, wo massiv Verbesserungsbedarf ist. Naja, das ist spannend. Also ich hätte mal an euch bei, die Frage, es gibt ja immer dieses Argument, wenn wir die, wenn wir reglementieren, wenn wir Werkverträge abschaffen, dann verlagert sich die Produktion ins Ausland. Stimmt das, Susanne? Also die sind aus dem Ausland ja schon hierher gekommen. Die Schlachtereien, also große Schlachtereien von wir und von welchen, die alle unterwegs sind, die haben in Dänemark zugemacht, weil die Arbeitsstandards so hoch sind und verlagern das Ganze und das hat auch was mit der Fahrerei, was Alexander gesagt hat, zu tun. Die fahren die Tiere eben nach Deutschland und da werden die geschlachtet, weil es billiger ist. Frankreich hat große Probleme, Benelux-Staaten auch, dass dort Schlachtereien dicht gemacht haben, ganz einfach, weil das Billigste an Ausbeutung findet in Deutschland statt. Also wenn sich einige wieder in ihre Ursprungsländer zurückverlagern, da, wo die Tiere großgezogen werden, das kann nicht verkehrt sein. Das ist doch cool. Alex, lass das du dazu. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, es ist schon erschreckend, wenn man überlegt, dass wir das Billiglohnland quasi sind. Also dass die Leute aus anderen Ländern herkommen, weil es hier günstiger ist und man hier weiß, hier kann man arbeitrechtlich noch mehr deichseln, sodass es sich lohnt, im Endeffekt, die hier rüber zu haben und das hier zu machen. Das geht eigentlich gar nicht. Gleichzeitig muss man ganz klar sagen, durch eine einheitliche europäische Regelung, das ist natürlich immer der Traum bei ganz vielen arbeitsrechtlichen Debatten, würden wir dem natürlich einen Riegel vorschieben. Das würde auch den Unterbietungswettbewerb innerhalb Europas verhindern. Also auch wenn ihr beide im Bundestag sitzt, habt ihr einen tollen Draht, auch mit nach Rüssel. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, gerade bei arbeitsrechtlichen Debatten. Man muss aber auch sagen, natürlich könnten wir das auch, da mehrere fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir deutlich stärker als Staat auch regionale Landwirtschaft, sage ich mal, in den Vordergrund schieben würden. Weil dann ist auch unattraktiv, wiederum aus dem Ausland herzuliefern. Es sorgt einerseits für weniger Transportwege, es sorgt aber auch dafür, dass es eben auch, selbst wenn wir das hier reguliert haben und dadurch vielleicht es dann höhere Produktionskosten gibt und vielleicht auch etwas höhere Gehaltsfixkostenpunkte, die dann ein Unternehmer hier hat, dass es eben auch ein marken, ein geldwerter Vorteil sein kann. Es kann ja richtig ein marktwirtschaftlicher Vorteil sein, wenn wir als Gesellschaft sagen, wir wollen deutlich mehr regionale Produkte haben. So wie Bio, ja auch vor langer Zeit gesagt wurde, wir können Bio nicht größer anbieten, jetzt unabhängig von der Fleischdebatte und auch bei Gemüse. Das sei ja viel zu teuer in der Herstellung. Wir merken aber, dass Menschen bereit sind, dafür ein bisschen mehr zu zahlen als für andere Produktionsweisen. Wir merken, dass Menschen bereit sind, darauf mehr zu achten beim Einkaufen. Ich glaube, auch wenn wir das noch nicht so stark im gleichen Maße haben, dass uns das bei Fleisch auch gelingen kann, gerade weil durch Tönnies, gerade weil durch solche Ereignisse in den letzten Wochen plötzlich wirklich jeder, auch die Hamburger, die noch nie ein Land von innen gesehen haben, teilweise auf dem Schirm haben, einige Dinge laufen da nicht ganz in Ordnung. Und wenn man da sagen kann, deswegen kauf vielleicht aus deiner Umgebung, das sind regionale Erzeuger von Fleisch, du kannst da vielleicht einen Besuch abstatten und gucken, wie sie aussieht, du hast ein Gesicht vor Augen, es ist kein internationaler, also gerade bei Lebensmitteln herrscht halt auch langsam eine Skepsis vor einer unsichtbaren internationalen Organisation, die Fleisch und Mitarbeiter von A nach B verschieben. Und gerade bei Lebensmitteln ist diese Skepsis dann auch oft kaufentscheidend. Und ich glaube, dass das ein Punkt sein kann, wenn man einerseits natürlich europäisch daran geht, was die Regulierung angeht, aber eben ganz stark auch im Vordergrund stellt, regionale Versorgung, weil dann sind auch höhere Produktionskosten nicht schlimm, wenn man weiß, der Verbraucher ist bereit, mehr zu zahlen als Billigfleisch, was dann aus einem anderen Land importiert wird. So, jetzt habe ich eine erste Frage aus dem Chat. Astrid Mathieu vom Ernährungsrat Hamburg fragt nach den Speiseplänen in den Kantinen, in den Ministerien, im Bundestag und in der Bürgerschaft in Hamburg, also im Rathaus Hamburg. Wie können da gewählte Mandat, was können da gewählte Mandatsträger machen, damit dort Produkte aus fairer Landwirtschaft verwendet werden? Für Hamburg gibt es zum Beispiel Leitfaden, Leitfäden für umweltverträgliche Beschaffung. Sie fragt, was davon in Hamburgs öffentlichen Einrichtungen auf den Tellern zu sehen ist. Hast du da eine Einschätzung? So halb. Ich kann einfach nur sagen, du musst mir auf jeden Fall nachher die E-Mail-Adresse, von der Dame geben, weil wir gerade auch genau an dem Thema dran sind. Es gibt die Leitfäden und ich weiß, dass einige Behörden den auch sehr strikt umsetzen. Ich habe aber keine Einschätzung, ob das für alle stimmt. Ich kann im Rathaus sagen, da haben wir gerade Corona-bedingt deutlich weniger als sonst. Einfach an der Auswahl. Früher war das wohl auch deutlich stärker aufgeteilt, dass man bewusst gucken konnte, wo es herkommt, dass es auch regional ist und dass auch auf bestimmte Standards geachtet wird. Jetzt gerade ist das Übergangsgeschichte, es soll wieder dahin kommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Umweltbehörde, Sozialbehörde, Schulbehörde mit dran ist. Wir auch gucken, wie das perspektivisch aussieht mit den Ernährungen und den Schulen, dass wir da auch deutlich mehr Verpflichtungen hinbekommen. Aber ich kann keine Einschätzung gerade für alle geben. Also es sind alle dran und liken auf jeden Fall gerne die E-Mail-Adresse weiter. Ich will das eh rausfinden und wir erreichen das nach. Ich bin ja auch Bundestagsabgeordneter, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie das in unserer Kantine ist. Im Lampenladen, wo wir immer hingehen, was ist denn da deine Einschätzung? Also man kann nicht nachvollziehen, wo es dann herkommt und dazu passt jetzt ganz klar, wir hätten da weniger Probleme, wenn wir ein verpflichtendes Tierwohl-Label hätten in Deutschland. Und zwar das wäre das erste und einzige staatliche Label, was auch klassifiziert, wo die Tiere herkommen. Nicht nur wo sie herkommen, sondern auch wie sie gehalten werden, wie sie transportiert werden und wie sie geschlachtet werden. Und das wäre dann ein leichtes beim Labeling und da geht es nicht darum, jeder muss beim Label mitmachen, sondern es wird klassifiziert, ob sie den Mindeststandard nach Tierschutzgesetz haben oder Label 1, 2, 3. Und alle Labels, die irgendwo auf irgendwelchen Packungen rumkleben, sind alles privatwirtschaftliche Label. Und es ist keines so vollständig wie das geplante staatliche Tierwohl-Label. Und das wäre für Rindmilch, Eier, Geflügel und Schwein. Bis jetzt gibt es leider von der Landwirtschaftsministerin nur ein Drift. Dreiviertel Schweine-Label. Alle anderen Tiere sind auch noch nicht drin. Und das hat nicht das mit zwingend mit Bio zu tun. Das muss man nochmal unterscheiden. 80 Prozent, 90 Prozent ist konventionelle Landwirtschaft. Und da sind ganz viele Landwirte, vielleicht mal für alle Hamburger, die nicht zwingend Bio sind, aber die ihre Tiere auch jetzt schon mit Auslauf und was weiß ich nicht alles halten. Auf Stroh, die Schweine, die Kühe auf der Weide. Also es gibt da sehr viele. Allerdings Bio hat jetzt, sagen wir mal, vielleicht 10 Prozent. Wenn wir auf 20 Prozent kommen, ist schon viel. Aber trotzdem werden die anderen 80 Prozent konventionelle Tierhaltung sein. Aber deswegen trotzdem gute Tierhaltung. Und wenn wir dieses Label hätten, dann kann jede Kantine, da kann der Bundestag, da kann aber auch die Bürgerschaft ohne weiteres sagen, wir holen nur gelabeltes Fleisch. Am besten Label zwei oder drei. Und wenn man das auf alles verteilt, also auf die gesamten Tierprodukte und Tiere, dann ist das überhaupt nicht teuer. Und es ist ja auch so ein Totschlagargument, das kann sich nicht jeder leisten. Das ist dann im Bereich von Cent betreten. Je mehr ich sozusagen das verteile über möglichst viele Produkte, desto besser kann ich es machen. Und es geht auch um das verarbeitete Fleisch, nicht das Kotelett oder das gekochte Ei, sondern auch das verarbeitete Ei in Kuchen, in Nudeln, im Ähnlichem oder eben auch in der Wurst. Und da muss dann ein großer Anteil sein vom gelabelten Fleisch. Aber wenn man die ganze Bandbreite nimmt und so ein Label gibt es nirgends, dann hätte man den Landwirten geholfen, dann wüssten die Menschen, auf was sie sich einlassen und können es auch nachvollziehen und können dann auch sagen, aha, ich investiere in Label 1 oder 2 oder 3 und weiß dann auch tatsächlich gesichert, wie es hier gehalten wurde, wie es geboren ist, wie es gehalten wurde, wie es transportiert wurde und wie es gestartet wurde. Das wäre schön, wenn wir es hinkriegen. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil unsere Landwirtschaftsministerin leider nicht in die Pötte kommt und wir nur ein sozusagen, ein unvollständiges Schweine-Label haben. Es soll freiwillig sein und Rindmilch und Eier geflügelt ist noch überhaupt nicht definiert. Aber wir hätten die Chance, aber es geht nur, wenn es wirklich verpflichtend und komplett für alle Nutztierarten sind, denn sonst wäre das nur eine halbe Veranstaltung. Das wäre jetzt auch meine Nachfrage. Wo ist denn da der Widerstand? Warum passiert das nicht? Also inzwischen ist es sogar so, dass die Verbände, also Schweinehalter, Geflügelhalter das auch gerne wollen. Einerseits sagt die Landwirtschaftsministerin, das muss notifiziert werden. Also auf EU-Ebene müssen alle mitmachen. Einige Länder würden auch mitmachen. Je nordwestlicher, desto mehr. Je südöstlicher, desto weniger. Aber man kann es auch sehr wohl in Deutschland anfangen, weil ausländische Produkthersteller können ja mitmachen, wenn sie dieses Label einhalten. Also es ist ja nicht eine Abschottung vom Markt, denn bei Demeter zum Beispiel wüsste ich nicht, dass orange in Deutschland angebaut werden. Die werden ja auch woanders angebaut. Man hat bestimmte Voraussetzungen, die müssen eingehalten werden und dann kann man auch unter dem Label verkaufen. Das sieht die Landwirtschaftsministerin leider nicht so und große Teile der CDU haben auch sehr viele Sorgen, Bedenken und eigentlich geht alles gar nicht. Das ist wichtig, dass wir das möglichst im nächsten halben Jahr noch mit viel auch öffentlichem Druck, wenn es geht, durchkriegen. Es wäre schade, es wäre eine richtig gute Sache für den Verbraucher und als Tierschutzbeauftragte sei natürlich eine richtig gute Sache, auch für die Tiere, wie sie gehalten werden. Das finde ich auch zutiefst ärgerlich, dass da nicht mehr Druck gemacht wird. Ich habe eine weitere Frage von Astrid Mathieu, die aus dem Ernährungsrat Hamburg aktiv ist. Sie fragt, was wir alle zusammen tun können, damit die Gesetzesinitiative zur Verbesserung des Arbeitsschutzes in der Fleischindustrie nicht scheitert. Darauf kann ich mal beantworten. Also ich glaube, das wird nicht scheitern, mit ziemlicher Sicherheit nicht, aber das Problem wird sein, dass sie natürlich versuchen, es zu verwässern, weil die Lobby hämmert schon dagegen und wir merken es, Leiharbeit, also Leiharbeit soll ja verboten werden, das möchten sie nicht und ich glaube, was man machen kann, ist, dass man seinem CDU-Bundestagsabgeordneten einfach mal einen kleinen Brief schreibt und sagt, das musst du so unterstützen, das Gesetz, so wie es ist und bitte nicht verwässern. Also das ist, das ist glaube ich, der Kernpunkt, weil unsere Gesetze sind immer gut, wenn wir sie einbringen, aber manchmal sind sie nicht mehr ganz so gut, wenn wir sie verabschiedet haben, weil da sorgt man um unser hochgeschätzter Koalitionspartner. Ich habe eine weitere Frage an Alex. Alex, vor kurzem ging es durch die Medien, die Rügenwalder Mühle macht es sich, macht zum ersten Mal mehr Umsatz mit Wurstersatzprodukten als mit Fleisch. Der ehemalige sehr große Fleischproduzent setzt auf den großen wachsenden Markt der Flexitarier und Vegetarier. Alex, du bist ja nun geringfügig jünger als ich, geringfügig hatte ich nur, und ich frage dich mal, wie ist das bei deinen Altersgenossen? Kennst du viele, die vegetarisch oder flexitarisch leben, wie man das heute sagt? Ja. Wie beurteilt das? Können die Verbraucher, ja, wie ist das bei deinen Bekannten und Freunden? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin jetzt 25 und meiner Alterskohort ist das schon sehr, sehr stark, aber je jünger ich schaue, auch gerade, wenn ich in unseren Jusos Schülern spreche oder in den letzten Monaten war ich viel an Schulen unterwegs, da ist es noch viel höher. Da ist der Anteil von Vegetariern, Veganern, Flexitariern noch viel, viel höher und das liegt aber auch an einer Sache, die die Sonne gerade gesagt hat, weil in dem Moment, wo man sich etwas auseinandersetzt, nicht nur mit den Klimafragen, sondern auch mit den Tierschutzfragen, sagen viele, ich weiß ja gar nicht genau, da sind tausend verschiedene Labels drauf, selbst wenn ich mich bewusst ernähren möchte, muss ich ja Stunden verbringen, damit rauszufinden, welches Label jetzt von wem, wieso eingeführt wurde, da hole ich lieber die Tofuwurst, die schmeckt auch gut und da bin ich auf der sicheren Seite. Also auch gerade diese Sache, selbst Leute, die sagen, ich finde Fleisch eigentlich ganz gut und würde auch gerne mal wieder Fleisch probieren, also selbst die Flexitarier haben einen ganz, ganz großen Anteil, die sagen, ich habe kein gutes Gewissen, wenn ich Fleisch einkaufe, weil ich mir nicht genau sicher bin, wie es hergestellt ist und da muss ich sagen, das steigt auf jeden Fall, auch der klimapolitische Aspekt hat einen ganz großen Anteil, also alle meine Bekannten, die bei Friday for Future aktiv sind, werden Stück für Stück eben auch aus dem Umstand, dass heraus, dass Rindzucht und Schweinzucht eben auch jetzt gerade, so wie jetzt gerade abläuft, teilweise schon sehr klimaschädlich abläuft, aus diesem Anspruch heraus da weggehen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, wir sehen da ja auch, dass da ja quasi doppelte Wirkungsweisen gibt vom Verbraucher, auf der einen Seite natürlich ganz klar marktwirtschaftlich, also wenn ich was anderes kaufe und meinen Konsum umlenke, zwinge ich Unternehmen umzurüsten oder sie werden perspektivisch verlieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch als junger Klima- und Tierschutz politisch affiner Mensch auch entsprechend wählen. Das kann ich, gerade ich natürlich, ja in der Wahl, anstatt nur das Kaufverhalten umzulenken, noch einfach SPD zu wählen, weil wir uns ja, was sage ich mal, auf systemischer Weise für die gleichen Belange einsetzen. Man muss aber auch einen Punkt dazu sagen, der mir bei der Debatte zu kurz gekommen ist, also der auch bei diesen ganzen Artikeln über die Rügenwalder Mühle zu kurz gekommen ist, es geht ja auch um Umsatz. Die Produkte sind ja in der Regel auch deutlich teurer als Fleischprodukte. Also es gibt schon immer mehr, auch bei der Rügenwalder Mühle, die teurer sind als das Equivalent aus Fleisch, wodurch natürlich auch Umsatzzahlen hochgetrieben werden. Da muss man auch, sage ich mal, leicht reduzierend dazu sagen, dass wenn man bestimmte Produkte hat, die einfach vielleicht zwei, drei Euro mehr kosten und auch noch weniger Gramm beinhalten, dass dadurch natürlich auch relativ schnell der Umsatz für die gewachsen ist. Ich will jetzt gar nicht kleinreden, aber es zeigt schon teilweise auch, dass das teurere Luxusprodukte sind, nicht immer, aber schon immer mehr. Ich glaube, wir können eigentlich am stärksten, also junge Menschen in meinem Umfeld achten alle darauf und wir können am stärksten einerseits sagen, das ist gar nicht mal so schlecht, weil das dem Klima hilft und auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, hier auch mehr Transparenz in der Fleischindustrie sorgen, weil die sonst auch unter diesem Ernährungsbewusstsein leidet, obwohl sie, obwohl viele Landwirte gar nicht leiden müssten, wenn man das eben klar klarifiziert hätte. Also in meinem Berliner Büro ist es so, das sind ja junge Leute, die hier arbeiten, 50-50, 50 Prozent Vegetarier und 50 Prozent nicht. Und das war auch immer so, das ist ganz witzig, also auch, wenn da neue Leute gekommen sind. Aber zu dem Thema passt eine Frage von Heinz Ebers. Heinz Ebers sieht eine große Chance im Ersatzfleisch beziehungsweise in Retortenfleisch aus Zellen tierischen Ursprungs. Das ist jetzt noch neu in der Entwicklung und deshalb sehr teuer. Man könnte dabei auch die Landwirte mitnehmen und ihnen die Chance geben, sich daran zu beteiligen oder noch besser, sich selbst als Biotechnologieunternehmen umzustellen. Finde ich ja interessant. Wie seht ihr das und wie urteilt ihr die Möglichkeiten der Politik, solche Ersatzfleischtechnologien zu fördern? Susanne, bist du zuerst, Susanne? Ja, also ja, das ist noch im ganz kleinen Bereich. Ich weiß nicht, Ellie, ob das jetzt was ist auf Dauer. Aber das, was auch Alexander gesagt hat, es ist eine Frage, man muss auch bewusster einfach mit Fleischessen umgehen. Das war früher, das muss nicht immer schlecht gewesen sein, war das schon eine Sondermeldung, wenn man mal Fleisch isst. Das heißt nicht, dass es so selten sein muss wie früher, das war nicht alles besser. Aber es muss nicht jeden Tag, morgens, mittags, abends sein. Und es kann nicht sein, dass es am Ende teilweise günstiger ist, als wenn ich Gemüse kaufe. Wenn ich, die Hamburger Ketten und die Fastboot-Ketten haben ja nicht umsonst so einen super Umsatz, weil eben auch viele jüngere Leute da gerne und oft reingehen und es ist gar nicht so selten, die machen auch dann Rabatt und Bomberaktionen, dass dann unheimlich viel gekauft wird. Und auch Fridays for Future geht in eine Runde Demonstrieren und danach gehen sie auch zu McDonalds. Also das darf man auch, aber dann muss ich auch irgendwann überlegen, wo ist denn meine Glaubwürdigkeit? Also einmal, wenn man einfach nur ein bisschen bewusster auch mal was anderes isst und nicht so viel Fleisch und die andere große Einsparmöglichkeit ist, es wird unheimlich viel weggeworfen. Also die Menge an Lebensmitteln, auch an anderen, sei es Eiweißhaltige, sei es Gemüse, aber auch an Fleisch, weil es auch günstig ist, da wird nicht sozusagen was kann ich noch daraus machen, sondern es wird weggeworfen, was bei der Mahlzeit nicht mehr gegessen wurde. Und man kann es dann auch weiterverwerten, man kann es einfrieren, man kann was machen, aber ein unheimlich hoher Anteil und auch in der Tierproduktion könnte man einsparen, wenn der Preis etwas höher wäre, wenn man nicht so viel produzieren muss, was sowieso weggeworfen wird und wenn nicht jeder sieben Tage die Woche, macht nicht jeder, aber oftmals sehr oft Fleisch ist. Und dann hätten auch die Landwirte die Möglichkeit, mit einem geringeren Tierbestand, da haben die gerne Lust zu, die sind gar nicht so wild darauf, so viele Tiere zu halten, mit einem geringeren Tierbestand auf eine andere Art die Tiere zu halten, müssten natürlich ein bisschen höhere Preise, davon leben sollen sie auch, sie sind ja nicht von der Wohlfahrt. Aber das wäre eine Möglichkeit, dass sie einfach mehr Möglichkeiten haben, nicht auf Menge zu produzieren, um an ihr Einkommen zu kommen, sondern an sich mehr Zeit zu lassen, das Tier kann länger laufen und einfach weniger zu produzieren unter besseren Verhältnissen. Das wäre schon sehr hilfreich und das würde auch dieses Tierwohl-Label mit unterstützen. Wenn immer gesagt wird, der Verbraucher muss was machen, ja, aber er muss auch die Möglichkeit haben, er muss es erkennen können, die Preisunterschiede dürfen nicht allzu groß sein und es muss auch wieder mehr gezeigt werden, wie gehe ich eigentlich mit Lebensmitteln um. Ich esse so viel und verwerte den Rest oder ich kaufe nur so viel, wie ich dann auch am Ende essen will und ich werfe es nicht weg. Und da gibt es ja auch schon Aktion und wie ernähre ich mich überhaupt gesund. Da kann Fleisch ein Anteil sein, aber nicht der überwiegende. Also dazu fiel mir ein, früher hieß es ja der Sonntagsbraten. Das war natürlich, weil man sonntags einen Braten gegessen hat. Sonntag hast du Fleisch gegessen und die anderen Tage nicht. Das ist schon, und heute ist es praktisch, du sagst heute, die Sonntagskarotte, weil du heute täglich Fleisch isst. Das ist schon, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Alex, ich frage an dich, du bist ja in deinem Eingangsstatement schon auf die klimaschädlichen Aspekte der Fleischproduktion und Fleischkonsum eingegangen. Was kann der Einzelne, aber was kann auch, und was kann aber auch Politik dagegen machen, gegen diese klimaschädlichen Effekte? Erstens muss ich noch, die antworte ich sehr, sehr gern. Ich muss einen Nebensatz zu Susanne gerade sagen, dass danach zu McDonald's gegangen wird oder anderes. Ich glaube tatsächlich, und das ist ganz interessant, finde ich, zu sehen, wenn ich mir die Friday-Future-Demos in Hamburg angucke, ich will nicht abstreiten, dass da eine gewisse Inkonsequenz besteht, was vielleicht Reisen angeht, interne Länder oder den SUV der Mutter mitzubenutzen oder ähnliches. Das stimmt alles auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, was Ernährung angeht, ist das schon relativ, beobachte ich schon, das relativ straight ist hier in Hamburg. Also, dass da die Jugend tatsächlich wirklich danach nicht zu McDonald's geht, sondern wir eher lange Schlange haben vor, wie heißen die, Vincent-Vegan-Happen-Pappen, verschiedenste vegane Restaurants, die haben jeden Freitag Schlangen bis zum Bahnhof ungefähr. Also, es stimmt schon, es gibt da ein paar Aspekte, die man kritisieren kann, auch gerade was Reisefreudigkeit oder Ähnliches angeht, aber dann für Club-Tickets zu demonstrieren. Aber was Ernährung angeht, muss ich sagen, ist das schon, also in Hamburg zumindest, sehr, sehr klare Entwicklung, die wir feststellen, wenn wir auch mit unseren Schülervertretern reden, wo wir auch als Jusos regelmäßige Runden machen und auch über solche Themen reden, weil das, früher haben wir dann Schülervertreter eingeladen und die wollten über Bildungspolitik ausschließlich reden. Jetzt geht es um Ernährung tatsächlich, um Tierschutz und um Klimaschutz und Ähnliches und da würde ich die Jugend kurz in Schutz nehmen wollen. Okay, angekommen, super. Super. Um auf Matthias einzugehen, was kann der Einzelne machen? Oder was können wir machen? Zwei aller, einerseits natürlich ganz klar, dass es dann wieder der, also nicht nur natürlich neben der SPD zu wählen und anderen Parteien, die sich dafür einsetzen, dass es den Tieren dem Klima besser geht, muss man ganz klar sagen, natürlich auch Konsumverhalten, du hast es gerade angesprochen, früher gab es den Sonntagsbraten, auch wenn ich zu meinen Großeltern gehe, die sagen dann, am Sonntag gibt es richtig, gibt es richtig Fleisch und freuen sich auch richtig, weil denen aber auch eben aus der alten Schule heraus bewusst ist, dass man sich eben sieben Tage die Woche Fleisch eigentlich gar nicht leisten konnte früher. Ich glaube, das ist eine Sache vom Verhalten eines jeden Einzelnen, die fragt, was ist das zelebrierte Essen, ein richtig dicker Braten oder vielleicht selbstgemachte Falafeln oder ähnliches, geht ja auch alles. Was man aber ganz klar machen kann, ist natürlich, sich zu informieren, aber eben auch Informationen einzufordern. Also sei es, genau hinzuschauen, du hast vorhin angesprochen, Susanne, was ist eigentlich mit Eiern? Wir haben Labels, wie die Haltung aussieht bei Hühnern, aber wenn ich dann einen Fertigkuchen kaufe oder ähnliches oder solche Fertigprodukte, irgendwoher kommen da ja auch die Sachen her und das ist darauf eben nicht vermerkt und das ist, finde ich, noch eine riesige Sache. Bodenhaltung wird nicht mehr so viel angeboten jetzt oder Käfighaltung wird nicht mehr so viel angeboten bei den Eiern. Das heißt ja nicht, dass es nicht mehr gibt. Das heißt nur, dass diese Eier nicht mehr einzeln verkauft werden, weil da mittlerweile der Konsument durch sein Kaufverhalten es geschafft hat, sie aus den Regalen zu fegen. Das muss man ganz klar sagen, das wurde nicht verboten von der Politik, sondern wir haben es gelabelt und die Bodenhaltung oder die Käfighaltung aus Eiern zum Beispiel, viele andere Sachen, die sind weg und immer mehr gibt es jetzt zu Freilandhaltung, Bio, das wird mehr nachgefragt. Die Eier werden ja trotzdem noch hergestellt, die werden auch weiter verkauft. Da wird auch weiterhin richtig viel Gewinn mitgemacht. Das sind dann die Fertigkuchen für 1,99 Euro, die man kauft, weil man keinen eigenen Kuchen backen wollte und aber einen Kuchen schenken wollte. Die kommen daher und ich glaube, das kann der Einzelne ganz klar leisten, darauf zu achten, nur weil nicht Fleisch oder Huhn draufsteht, was ist da eigentlich mit drin. Und das andere ganz klar, ich will es zum 100. Mark quasi wiederholen, auf Vor-Ort-Bedingungen achten, auf Regionalität beim Einkauf zu achten. Da kann man sowohl tierschutztechnisch als auch bei Gemüse, das war nicht das Thema, aber wenn man da auch auf regionale Zulieferungen achtet, hat man da ja noch einen riesigen Effekt, was die Klimabilanz angeht. Also ich glaube, richtig wählen und richtig einkaufen und sich zu informieren, das sind glaube ich die drei größten Punkte, die mir einfallen, was der Einzelne machen kann. Also ich habe mal diesen Krimi gelesen, der 12. Tag. Ich weiß nicht, ob einer von euch den kennt. Der spielte in der niedersächsischen Fleischindustrie. mit Sui. Ja. Mensch Matthias, wir hören dich gerade gar nicht. Matthias ist etwas eingefroren bei mir gerade. Ja. von Alexander Montana, Alex, sein Namenskollege, Alexander Montana, der fragt, wann spiegeln die Preise für Lebensmittel endlich die Warenpreise der Herstellung wieder? Das ist auch für uns als SPD eine schwierige Frage, da wir ja einerseits wollen, dass anständige Löhne und anständige Bedingungen für die Tiere gelten. Andererseits soll Fleisch auch kein reiche Leute Nahrungsmittel werden. Ist es denn so, das ist die Frage, dass Fleisch zum Luxusprodukt werden würde, wenn alle Warenkosten berechnet werden? Alexander, Alex, was sagst du? Also ich sag mal schon, wenn wir alle Preise eins zu eins anrechnen, würde es schon teurer werden. Gleichzeitig, wenn das nicht nur bei Fleisch wäre, sondern bei allen anderen Produkten, wäre das natürlich dann verhältnismäßig nicht mehr so stark. Man muss aber auch darüber reden, auch da zum Beispiel habe ich einen großen Widerspruch zu Friday for Future. Eine reine Verteuerungsdebatte ist ja auch nicht die Lösung. Also es geht ja nicht nur darum, zu sagen, der CO2-Preis muss so und so viel stark steigen, weil da sind alle Probleme gelöst. Weil gerade auch, wenn wir angucken, welche, und da kommen wir wieder zu einer klassischen, ja, Klassenkampfdebatte quasi, die wir als User natürlich immer gerne führen. Wenn wir uns mal Oxfarm-Studie und anderes angucken, wer am meisten CO2 emittiert, wer die meisten klimaschädlichen Produkte kauft, wer die größten Autos fährt, wer am meisten fliegt, wer am meisten Fleisch auch mit konsumiert, das sind ja gar nicht die Gruppen, die mit niedrigem Einkommen sind. Sondern das sind, wenn wir uns alle Studien sowohl für Deutschland als auch Kontinentale Europa angucken, sind es in der Regel die oberen 20 Prozent der Einkommensschere, die am meisten emittieren, wenn wir uns ihre verschiedensten, das sind die Vielflieger, die beruflich durch die Welt jetten, das sind diejenigen, die größere Ausflüge machen können im Urlaub, die größere Autos fähren und sich noch größere Schnitze leisten können. Das heißt, eine reine Verteuerungsdebatte weiß ich gar nicht, ob die Tierschutztechnisch und auch Klimaschutztechnisch das lösen würde. Um das mal vielleicht da anzubringen. Also das auf Geld zu beziehen, das ärgert mich in der öffentlichen Debatte eigentlich auch. Denn das ist so ein Totschlagargument. Dann wird immer so ein bisschen elitäres Verhalten, so nach dem Motto, es können sich nur einige leisten. Und wie es vorhin schon dargelegt hat, wenn man das breiter aufstellt, dann wird es wirklich in Centbereichen teurer. Und wenn wir das über die ganzen Nahrungsmittel hinlegen, dann sage ich, das dürfte die paar Cent auch wert sein. Und es geht wirklich nur um Centbereiche. So wie Alexander das schon sagte, wenn wir dann mit den Eiern, die haben wir im Regal, da gibt es keine Käfighaltung. Aber Hersteller von Käfighaltung, die haben gesagt, wir haben mir doch egal, ich verkaufe die ins Ausland. So, und es macht sich hier keiner Gedanken darum, wo denn wohl die ganzen Eiercontainer herkommen, wo Eimasse drin ist, die dann verarbeitet wird in Nudel oder Kuchen. So, wenn wir sagen, wir wollen die in Deutschland herstellen, dann gibt es wiederum Proteste von Anliegern, die sagen, sie wollen so viele Hühner nicht haben. Wenn man sagt, wir wollen aber nicht die Eier, dass sie aus dem Ausland kommen und die Tiere werden unter schlechten Verhältnissen gehalten, sondern hier im Freiland, dann wollen die dann Menschen das teilweise auch nicht haben, die davon betroffen sind, die nebenan wohnen, obwohl es dann keine intensiv Hühnerfarm ist. Also es ist noch sehr viel Klärungsbedarf auch hier im eigenen Land. Wenn ich was konsumiere, dann muss ich mir auch mal Gedanken daran machen, wo es herkommt und wie kann ich die Verhältnisse von Mensch und Tier verbessern, um immer noch einen guten Preis hinzukriegen, den ich mir leisten kann. Also diese Wahrnehmung, das Respektieren von Lebensmitteln und das nicht nebenbei konsumieren, das ist schon wichtig. Und es ist alles, Lebensmittelherstellung ist gut organisiert, aber zum Beispiel gibt es auf EU-Ebene immer noch eine Richtlinie und die wollen wir auch als Gesetz umsetzen. Wenn es zum Beispiel einen Vertrag gibt zwischen einem Lebensmittelhersteller, also einem Landwirt oder einer, der Gemüse anbaut und der Vertragspartner, der kann bis kurz vor der Ernte den Vertrag kündigen, dann kann derjenige zusehen, wie er sein Gemüse verkauft. Das ist doch sittenwidrig, das ist doch kein Vertragsverhältnis und sowas muss auch geregelt werden. Also oftmals sind die Landwirte, die sozusagen abliefern, müssen sehr in der Hand derer vom Einzelhandelsverband oder eben auch von den Schlachtereien, weil sie können dann nicht die Gurke drei Wochen länger liegen lassen und sie können auch das Schwein nicht vier Wochen lang länger im Stall laufen lassen, um besser einen Preis zu verhandeln. Also das sind Zeitgeschäfte und sie sind dem sehr ausgeliefert. Das war vielleicht für viele praktisch, auch für den Konsumenten praktisch, weil man mehr und günstiger kaufen kann. Aber die Auswirkungen, die merkt man jetzt. Aber das ist zu regeln, ohne dass es große Einbüssen gibt. Dazu passt gut eine Frage von Johannes Rosberg zu der EU-weiten Dimension von Tierhaltung und er fragt nämlich, ob es in der EU die Möglichkeit gibt, höhere Steuern auf schlechtere Haltungsformen zu erheben, also quasi eine Art Strafzoll. Seine Frage wörtlich, gibt es Möglichkeiten in der EU, trotz der gemeinsamen Wirtschaftsunion, Dumpingzölle zu erlassen in Form von neuen Steuern auf alle Haltungen eins bis drei? Interessanter Gedanke, ne? Also es gibt auf EU-Ebene sozusagen für die Nutztierhaltung schon Vorschriften. Da muss man erst mal von ausgehen, dass sie eingehalten werden. Wenn sie nicht eingehalten werden, dann ist es strafbar, dann gibt es Bußgelder und dann kann dagegen vorgegangen werden. Dann hat jedes Land natürlich noch mal mehr oder mal weniger bessere Voraussetzungen, wie man Tiere hält. Wir haben auch eine Debatte zum Beispiel auch im Rahmen von Mercosur-Abkommen, in welchem Rahmen zum Beispiel aus Südamerika, aber auch aus den USA Fleisch importiert wird. Das macht den Landwirten Sorge. Wir haben zum Beispiel immer noch verhindert, dass hormonbehandelte Rinder aus den USA hier nicht importiert werden dürfen. Das ist doch völlig gängiges Modell und wir haben gesagt, das kommt hier nicht auf den Tisch. Also das hat was zu tun mit Einzelverträgen. Da sind sich im Großen und Ganzen die europäischen Länder schon ziemlich einig. Allerdings sind sie sich natürlich bei der Tierhaltung untereinander nicht einig. Wir wollen gerne einen höheren Standard haben, den werden nicht alle Länder so haben. Aber wir hoffen natürlich, dass dann irgendwann diese Tierwohlstandards mit diesem Tierwohl-Label europäisch sozusagen sich verbreiten und auch angenommen werden. das Empfinden, wie man ein Tier halten darf und soll und was Tiergesundheit und Tierwohl ist, hat sich im Laufe der letzten 40 Jahre ja auch verändert. Also früher war es ja völlig gängig, im Winter über die Kühe in Anbinderhaltung zu halten, manchmal sogar das ganze Jahr. Das ist völlig, also heutzutage hat es ja gar nichts mehr mit Tierwohl zu tun. Also mit Tieren wurde ganz anders umgegangen und da war das Empfinden ein anderes. Wir sind weiter, wir haben uns auch weiterentwickelt und das, was ein Tierwohl ist, eben auch. Und so muss sich dann auch die Nutztierhaltung umstellen. Aber ich denke mal, wir sollten nicht immer ewig drauf warten, bis das alles von alleine kommt. Wir müssen schon gesetzliche Vorgaben machen und eben auch mit so einem Tierwohl-Label auch die Landwirte unterstützen, damit die schneller ihre Ställe umbauen können, um dann eben auch eher so ein Tierwohl zu praktizieren, was sie gerne wollen. Aber die Landwirte brauchen eine Planbarkeit. Die meisten haben noch nicht mal ein Problem zu sagen, ja, ich baue meine Ställe um. Aber das muss dann die nächsten 15 Jahre auch mal gelten und nicht alle drei, vier Jahre kommt wieder was Neues. Auf gut Deutsch gesagt wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Dann können die sich nicht darauf einstellen. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und was wir jetzt auch noch haben, nicht nur diese Nutztierstrategie, sondern auch Klimaschutz, wie Alexander das schon sagt, auch die Landwirtschaft emittiert, nicht nur CO2, sondern eben auch viel Ammoniak und Methan, aber auch durch neue Art der Tierhaltung, zum Beispiel bei Schweinen nicht mehr auf Spaltenböden, sondern Trennen von Fest- und Harnstoff, kann man die Emission enorm verringern. Und das passt wieder zum Tierwohl-Label. Also muss der Klimaschutz, die Nutztierstrategie, der Stallbau, die Fördermittel und dazu noch Baurecht, Emissionsrecht, das muss alles miteinander verbunden werden in eine neue Nutztierstrategie. Das ist möglich, aber da müssen auch, wie gesagt, das Landwirtschaftsministerium noch mal organisatorisch, planerisch und mit Gesetz und Verordnung so ein bisschen einen Schlag ranhauen, um das noch in dieser Legislatur hinzukriegen. Also du hast ja... Ja? Matthias, kann ich darüber einmal schnell eingehen? Weil ich nämlich in meinem Vorbürgerschaftsleben das Vergnügen hatte, Steuerrecht zu studieren. Und deswegen eigentlich gerne mal auf den ersten Punkt kommen wollte, Matthias. Susanne hat klar dargelegt, wie das alles machbar ist. Ich finde, das könnte auch eine Sache sein, wo wir als SPD zeigen, dass wir da ein bisschen mit Vernunft vorangehen. Weil die Grünen zum Beispiel haben das ja anders gemacht. Ich finde, die haben das komplett unvernünftig gemacht, die haben einfach vorgeschlagen, wir sollten das einfach alles höher besteuern, Fleisch einfach alles insgesamt teurer machen. Dann würde sich das schon lösen. Was ich für ein klassisches Beispiel halte, von gut gemeint und nicht gekonnt. Also was ja eigentlich unser Ansatz sein müsste, ist zum Beispiel zu sagen, wenn man ein Tierwohl-Label hat, dass das eben günstiger zum Beispiel dann am Ende des Tages ist und dann ein anderer Steuerstoff gilt, als wenn man kein Tierwohl-Label hat. Das Gleiche kann man ja auch mit der Klimafreundlichkeit des Viehbetriebs machen. Also in dem Moment, wo wir ohnehin, also ich meine, Steuerrecht ist ja nicht nur eine Sache, um Einkommen zu generieren für den Staat, sondern es ist ja auch ein Steuerungselement, wo man sagt, wo wollen wir eigentlich, welche Prozesse in der Gesellschaft wollen wir unterstützen? Und spätestens, wenn man ein Tierwohl-Label hat und spätestens, wenn wir anfangen, zum Beispiel auch die Klimaschädlichkeit von verschiedensten landwirtschaftlichen Viehhaltungsbedingungen vielleicht einzustufen, kann man das ja genau so lösen, dass man sagt, wer klimafreundlich und tierfreundlich Landwirt ist, da ist eben ein deutlich niedrigerer Steuerdass drauf, als wenn jemand einen großen Massebetrieb hat, wo nicht darauf geachtet wird und wo gleichzeitig nicht auf Klimafreundlichkeit geachtet wird. Also wir können ja auch quasi dem Verbraucher da entgegenkommen und sagen, du bist nicht wohlhabend, aber du möchtest eben Fleisch essen können, wo du weißt, es kommt aus Stellen, wo auf Tiere geachtet wird, wo Tierwohl eingehalten wird und wo das Klima geschützt wird. Warum sollen wir da 19 Prozent nehmen und nicht weniger? Dafür haben wir verschiedene Steuerkosten. Ein Punkt vielleicht nochmal. Wir haben ja eine Debatte um CO2-Zertifikate. Die Preise gehen ja ab 2025 richtig hoch. Und von dem Aspekt aus, man muss es, glaube ich, nicht mal zwingend über Steuern machen oder vielleicht nur in Teilbereichen, sondern tiergerechte Tierhaltung verringert auch, wie gesagt, die Emissionen. Die althergebrachten Ställe werden sehr viel höhere Emissionen haben und CO2-Zertifikate werden da drauf gelegt, wer immer noch hohe Emissionen dann sozusagen verursacht. Und es kann auch, das ist noch eine Frage, wie die dann berechnet werden. Also es kann sehr beruht, dass die Intensivtierställe, die komplett Spaltenböden, wo Ammoniak und alles nochmal rausdunstet ohne Ende, dass die unter Umständen dann auch mit CO2-Zertifikaten belegt werden. Und aufgrund dessen allein schon die Gestellungskosten, also die Herstellungskosten der Tiere und von Fleisch höher werden. Also man darf nicht unterschätzen, was wir im Klimaschutzpaket schon alles beschlossen haben. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, es sind nur ganz gepflegte 172 Seiten, was alles umgesetzt werden muss. Manchmal finde ich das auch ein bisschen interessant, wenn die sagen, oh, das reicht alles nicht, dann frage ich mich, ob die das ganze Teil gelesen haben. Und da steht das dann eben auch schon mal drin. Und das wird auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben. Was für eine Art von Tierhaltung habe ich? In welchem Rahmen wird Methan, Ammoniak oder CO2 verursacht? Und in welchem Rahmen wird das dann diese Art der Tierhaltung, der althergebrachten Tierhaltung mit CO2-Zertifikaten belegt? Das glaube ich auch, dass die CO2-Zertifikate, die ab 2025, geht das ja richtig dann zur Sache. Aber es war mir gar nicht bekannt, dass sich das dann auch auf Landwirtschaftsbetriebe zieht. Das ist natürlich spannend. Also das muss man, muss man auch ein bisschen stärker forcieren in dem Bereich. Aber ich würde trotzdem gerne mal zurückkommen auf das, auf das, auf den, das Tierwohl und Tierschutz. Thema Ferkelkastration. Ich meine, das war ja wirklich ein aufregiger Thema letztes Jahr. Und es ist ja auch wirklich furchtbar. Und sehr viele Bürger haben mir dazu und Susanne, dir bestimmt noch viel, viel mehr dazu geschrieben. Aber ich hatte schon, also das war schon furchtbar. Alex, du hast ja auch berichtet, dass du als Landespolitiker darauf angesprochen wolltest. Wenn ich das richtig entsinne, das Landwirtschaftsministerium hat die Übergangsfrist für die Umrüstung einfach verstreichen lassen, bis eine geeignete Betäubungsmethode verbindlich ist. Und deshalb mussten wir die Frist noch mal verlängern. Am Ende dieses Jahres ist jetzt aber endgültig Schluss damit. Susanne, kannst du vielleicht noch mal ein paar Hintergründe dazu geben? Ich meine, das ist ja im Grunde ein toll dreistes Verhalten von diesem Landwirtschaftsminister. Das war ja Vorgänger von Klöckner. Wie ist das? Schmidt? War das? Ja, das war Schmidt. Auch in der ersten, sozusagen in der ersten Zeit der jetzigen Legislaturperiode ist nichts passiert. Also es ist schon strange, dass man ein Gesetz, sagen wir mal, verabschiedet und sich nicht um die Umsetzung kümmert und sagt, ja, kann ich auch nicht helfen, so ungefähr. In der Hoffnung muss ich, denke ich mal, wenn ich mir die Debatte, die wir dann hatten, angucke, in der Hoffnung, dass sich das irgendwie erledigt, dass man das irgendwie nicht machen muss. Wir haben das gerade im Bereich Tierschutz ja schon in anderen Bereichen auch, dass es schon Verordnungen gibt, dass es seit Jahr und Tag zum Beispiel die Ringelschwanze abzuschneiden soll eigentlich schon seit 90er Jahren nicht mehr stattfinden, aber es findet immer noch statt, weil es immer noch Ausnahmetatbestände gibt. Also so war das dann auch. Aber dann fiel dann doch mal auf, liebe Güte, 1.1. des nächsten Jahres, dann wird es wirklich eng, dann muss umgesetzt werden. Und das war wirklich keine schöne Debatte, die ich als Tierschutzbeauftragte da hatte. Ich denke, ach du liebe Güte, es kann ja wohl nicht sein, dass man Gesetze ignoriert. In der letzten Legislatur war ich noch keine Tierschutzbeauftragte. Und ja, kann ich mal schätzen. Also ich habe 15.000 Mils dazu gekriegt und alle haben sich darüber aufgeregt, wie kann man das denn eigentlich machen, dass man das Gesetz a nicht umsetzt und b, dass man verlängert. Und viele konnten nicht nachvollziehen, warum wir das zwei Jahre verlängert haben. Aber wenn man das jetzt, sagen wir mal, im letzten Jahr eingestellt hätte, von heute auf morgen, dann wären die kastrierten Ferkel aus Dänemark und Niederlande gekommen. Und vielleicht auch aus Kolen. Aber die wären dann importiert worden. Das hätte dem Ferkel überhaupt nichts benutzt. Und hier hätte sich gar nichts bewegt in der Richtung. Die Landwirtschaft hatte immer noch auf einen vierten Weg gehofft. Und die CDU hatte immer im Hinterkopf, das Tierschutzgesetz zu ändern. Und das Tierschutzgesetz war ja geändert worden, dass das Kastrieren stattfinden darf. Aber es muss schmerzfrei sein und nicht schmerzmindernd. Und die wollten eigentlich ganz gern das Tierschutzgesetz wieder ändern, so zurückändern, auf Schmerz mindern. Und haben gesagt, das gibt es nicht. Aber eine Übergangsfrist, damit die Landwirte in der Lage sind, das zu regeln. Und so haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Entweder Ebermast, also die Eber laufen einfach so vor sich hin und werden, bevor sie so richtig rauschig werden, geschlachtet. Oder Isofloran, also die Ferkel werden kurz betäubt und kastriert. Oder Improvac gibt es dann auch nochmal. Dann kriegen die sozusagen zwei Spritzen, damit diese Rausche sich verschiebt und gar nicht erst sozusagen zum Vorschein kommt. Die drei Möglichkeiten gibt es. Im Übrigen, Neuland hat diese Kurznarkose und Kastration schon seit zehn Jahren gemacht. In der Schweiz gibt es das auch schon seit Jahren. Und es war schon erstaunlich, was es alles für Dramen dann gibt. Also wer dann von diesen Betäuben betroffen sein könnte. Da wurde so argumentiert, als würden nur noch hochschwangere Ferkel kastriert. Und das wäre alles ganz gefährlich. Also war schon interessant. Aber wir haben dann tatsächlich mit CDU, CSU verabredet und auch mit der Landwirtschaftsministerin, dass sozusagen in den zwei Jahren geregelt wird, dass die Landwirte und nicht mehr die Tierärzte machen, dass sie sozusagen Kurznarkosen für diese Ferkel geben können, dass sie auch selber kastrieren können, bestimmte Vorgaben sind, wann die Geräte da sein müssen, dass das auch unterstützt wird, dass sie sich anschaffen können, um sozusagen die Ferkel, ja die Ferkelaufzucht in Deutschland auch noch zu halten. Ansonsten hätten die tatsächlich zumachen können. Und es wäre, wie gesagt, nicht hilfreich gewesen, weil in Niederlande und Dänemark weiterhin mit CO2 einfach nur betäubt wird. Und ich denke, die werden sich dann auch umstellen. Und auch das wäre ein Teil eines verpflichtenden Tierwohllabels, wo drin steht, wie die Ferkel und ob sie überhaupt kastriert sind, wenn sie gemessen werden. Das wäre auch ein Unterschied. Und dann würde ein dänisches und niederländisches Ferkel, was mit CO2 oder nur schmerzmindernd kastriert wurde, kein Label mehr kriegen. Und daran kann man dann immer sehen, wo kommt das Tier her und wie ist das Tier behandelt worden. Und dann wird es eben nicht gelabelt werden. Ich finde, dass in der ganzen Bandbreite der Nutztierhaltung hat das Auswirkungen. Und wie es gar nicht laufen sollte, wenn man Gesetze macht, das hat man beim Bereich Ferkelkastration gesehen. Man hat es noch hingekriegt, aber eben zwei Jahre zu spät. Und die Debatte war kein Geschenk. Das war ja der Minister Schmidt, der natürlich alles hätte nach zurücktreten müssen, aber da er gar nicht wieder aufgestellt wurde, hat sich das mit einem Rücktritt dann ja auch erledigt. Der hat ja auch nicht gegen Glyphosat gestimmt, obwohl die Regierungsentscheidung war so. Also das ist schon, da hast du zu Anfang zu unserem Koalitionspartner gesagt, ist jetzt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Also wir kommen langsam in die Schlussgrade. Und ich habe eine Frage, eine schöne Frage an euch beide. Und die lautet jetzt ganz kurz, was ist euer Traum von der Zukunft der Landwirtschaft? Alex, was ist dein Traum? Ja, wirklich eine kleine Frage jetzt zum Schluss. Wir haben ja so viele Punkte angeschnitten und eigentlich merken wir, wir kennen schon verschiedenste Ideen zu einem erfolgreichen Paradigmenwechsel, aber es dauert alles sehr, sehr lang. Und mein Traum für eine Zukunft der Landwirtschaft wäre eigentlich, dass wir da schneller hinkommen. Weil wir sehen ja die Lösungsansätze am Horizont. Eine europäische Vereinheitlichung für Arbeitnehmerrechte, wenn Leute in der Landwirtschaft arbeiten. Wir sehen ein einheitliches Tierwohl-Label, das nötig ist, dass die reellen Kosten sowohl auf Seiten Tierschutz als auch Klimaschutz derzeit teilweise nicht eingebunden werden und es sich so überhaupt nicht lohnt, klimafreundlich und tierwohlfreundlich zu produzieren. Und das sind alles Punkte, wo ich glaube, die müssten schnell kommen. Wir müssten von einem rein massentauglichen Produkt hin zu einem qualitativen Anstieg. Eigentlich, dass es quasi gute Tierprodukte, also in dem Moment, wo gut Tiere aufgezogen werden, wo Klimaschonung das gemacht wird, wo es um die Qualität und den schonenden Umgang mit den Tieren geht, das muss am Ende eigentlich sich ja auch im Preis und in der Abnahme widerspiegeln. Sodass quasi für Arbeitnehmer, Tiere und Verbraucher eigentlich damit geholfen wird. Und dann gibt es auch noch ein, zwei andere Punkte. Also die Landwirtschaft könnte, glaube ich, noch deutlich digitaler werden. Das würde auch helfen, Energie zu vermeiden. Das würde helfen, sich um Tiere besser kümmern zu können. Ich glaube, es gibt viele, viele Betriebe, die da auch Unterstützung seitens des Staates vielleicht brauchen, weil sie irgendwo klein sind und nicht genau wissen, wie sie das packen sollen. Kurzum, ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass Landwirtschaft zu Klimaschutz beitragen kann, dass Landwirtschaft zu Tierschutz tragen kann. Ich meine, das ist die Branche, die am dichtesten dran ist an der Natur, die am dichtesten dran ist an den Tieren, die am dichtesten dran ist an einem unserer häufigsten Güter, nämlich Nahrungsmitteln. Eigentlich könnte die Landwirtschaft der Game Changer sein quasi für all diese großen Dinge. Und das ist eigentlich das, was ich mir hoffe, eine Landwirtschaft, die da vom Staat unterstützt wird, die aber andererseits auch ganz klar da in die Richtung getrennt wird, zu sagen, das sind die Wege, die wir einschreiten wollen und das wird das dann als SPD gut hinbekommen und die Landwirte alle mitziehen und am Ende die Arbeitnehmer gut entlohnt werden in den Betrieben, denen es den Tieren gut geht und wir klimafreundlich hergestellt, dass von gut bezahlten Arbeitnehmern und von glücklichen Tieren ein stammendes Fleisch essen können. Super. Susanne, dem kannst du dich anschließen. Voll und ganz kann ich mich dem anschließen. Also ich würde mir schon wünschen, dass die Punkte, die wir in unserem Entschließungsantrag haben, das sind noch ein paar mehr, sei es in der Heimtierhaltung, in der Exotenhaltung, aber gerade auch in der Landwirtschaft mit dem verpflichtenden Tierwohlabel, dass wir das durchkriegen, dass wir keine Lebendiertransporte mehr ins Ausland machen. Die Schiffstransporte und die Langentransporte, die sind jetzt nur ausgesetzt, aber das heißt nicht, dass das nicht wieder anfängt, dass wir regionaler arbeiten können. Das ist sehr, das ist sozusagen keine Boulogu-Variante, sondern das ist sehr wohl möglich, dass sich mehr Menschen dafür interessieren, wie man sowas auch umsetzen kann, sodass nicht nur die Verbraucher was davon haben, sondern auch die Landwirte, die sehr gerne, besonders junge Landwirte, die sind total innovativ und haben ganz viele Ideen, dass wir eine Tiergesundheitsdatenbank in Deutschland kriegen, wo solche Sachen auch besser überprüfbar sind. Die Digitalisierung in der Landwirtschaft ist schon richtig weit fortgeschritten, wenn man mal in Stelle guckt oder in einen richtig neuen Trecker drauf guckt, das sieht aus wie ein Cockpit in einem Flugzeug, also die sind da nicht hinterzu, sondern ganz weit vorne, aber dass das dann auch tatsächlich mal umgesetzt wird und gut miteinander vernetzt wird, dass wir alle was davon haben. Ja, und manchmal ist einfach weniger auch mehr und dann hätten wir auch nicht mehr die Debatten, die gegeneinander geführt werden, sondern miteinander, weil eigentlich das Grundinteresse von allen schon identisch ist. Eine gute Landwirtschaft, gute Tierhaltung, gesund essen und gut miteinander auskommen. Nur es gibt noch leider ein paar unterschiedliche auch, was irgendwie das funktionieren soll. Ich finde, wir haben als SPD richtig gute Ideen und es ist auch praktikabel und umsetzbar. In allerhand Gespräch mit Landwirten haben die dann auch gesagt, Mensch, das haben wir gar nicht gewusst. Das wird uns von unseren Verbänden so gar nicht erzählt. Das ist eine richtig gute Sache, aber wir brauchen Verlässlichkeit und das wäre ein Weg, wenn wir den beschließen könnten im nächsten halben Jahr, dann hätten wir einen richtig guten Pfad für bessere Umwelt, bessere Klimaschutz und gute Tierhaltung für die nächsten 20 Jahre und dann wird es auch komplett umgesetzt sein. Aber anfangen müssen wir schon im nächsten Jahr und eigentlich auch dieses Jahr schon und das nicht auf eine lange Bank schieben. Super, das war doch ein ausreichend gutes Schlusswort. Liebe Samir, lieber Alex, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Ich fand, das war nicht nur kurzweilig und hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich habe auch viel gelernt und gehe jetzt das nächste Mal, wenn ich im Supermarkt gehe, doch wieder mit etwas anderen Augen da rein. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Ja, auch herzlichen Dank. Tschüss. Dankeschön und tschüss. Tschüss.